Das ist die schönste Zeit im Jahr! Servus Leute, hier ist der Kidi von King Kongs Dioroller und wir spielen am 28. Mai auf dem La Familia Festival. Kommt vorbei, holt euch die Tickets, feiert mit uns, feiert mit vielen, vielen anderen geilen Bands und ja, wir sehen uns Ende Mai, es wird mega, ich bin da! Ich will uns da sehen, bleibt der Sommer in meinem Herbst bestehen!